Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren lustigen Spiel namens Toilet Success. Zu übersetzen ungefähr mit Scheißhauserfolg. So, sagen wir's wie's ist. Gibt's kostenlos, könnt ihr im Browser spielen, Link da unten. Und ich stell mir nur wieder das Beste unter diesem Spiel vor, nicht? Ähm, ja, ich hab schon mal angespielt vor, ich weiß nicht, das ist schon ein paar Wochen her. Da wollte ich's auch mal let's playen, aber hab's inzwischen vergessen. Jetzt kam mir wieder der Einfall, da war doch so ein Scheißhausspiel irgendwo, genau. Bis Level 5 hab ich gespielt, soweit, kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Okay, vielleicht hab ich's auch aus meinem Gedächtnis verdrängt. Wir starten natürlich brav von vorne. In dem Spiel gilt es darum, brav auf unser rettendes Schüsselchen zu kommen. Yeah, das war schwer, okay. Es war natürlich nicht schwer, aber es wird schwerer. Schöne Musik. Musik von Kevin MacLeod übrigens. Äh. Ja, ich kann sogar eine Mahlzeit überspringen für meine Routine. Für mein Geschäft, wie man so schön sagt. Und drauf. Okay, selbst ein Abgrund kann uns nicht davon abhalten. Wir bekommen nur zwei Schüsseln. Wahrscheinlich, weil ich zu viel gequatscht hab und zu langsam war. Hey, der will vor mir drauf sein. Dem scheiß ich was, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Und Mr. Cat gibt uns wieder drei Schüsseln. Das freut mich. Okay. Treppenstufen. Mir doch egal. Oh. Na, ich glaub, wir müssen ganz einfach so gehen. Oh, wunderschön. Es läuft perfekt. Oh, jetzt wird's aber schwierig. Kommen wir da hoch? Ne, wir kommen nicht hoch. Da müssen wir uns... Äh. Wir müssen natürlich auf der Schüssel sein, bevor unten links der Balken abgelaufen ist. Ah. Oh, wie machen wir das? Äh. Äh. Gerade noch. Sehr schön. Naja, zwei Schüsseln ist ein bisschen... Naja. Okay. Ach. Ich als alter Super Mario Experte? Für mich ist das kein Problem. Zurecht. Drei Schüsseln. Sehr schön. Use the mouse. Oh Gott. Äh. Wie mach ich das? Äh. Äh. Die Maus? Na, das wollte ich nicht. Äh. Die Maus. Die Maus. Die Maus. Ach so. Ich blödkopp. Damit. Aua. Wir haben... Wir haben uns etwas versaut. So. Na, also. Yes. So. Ich glaube, ab jetzt kenne ich die Levels auch nicht mehr. Äh. Wie geht's weiter? So. Ich glaube... Na, das ist noch leicht. Kein Problem. Hep. 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 Aber das hier. Können wir hier wieder was bewegen? Ne, können wir nicht. Sometimes the toilet plays in a unusual way. It's not helping. Vielleicht hier in den Abgrund? Ja, ja. Selbstverständlich. Dankeschön. Wie, nur eine? Ich bin enttäuscht. Okay. Hä? One more step and my poop will burst. Ich kann mich nicht bewegen. Ah, ich muss hier wieder... Ah. Sehr tricky, Freunde. Was als nächstes? I will use anything to avoid that stinky situation from ever happening again. Okay. Ähm. Ah, das ist leicht. Was man doch in solchen Notsituationen eine Kreativität an den Tag legen kann. Echt herrlich. Mein Stuhl spinnt ein bisschen heute. Ähm. Do everything to save my dignity. Okay. Zur Not zerstöre ich auch Dinge. Hey. Mit der Maus? Natürlich mit der Maus. Okay. Ah, sehr schön. So, wir sind in den Level 2. Äh. I need to brave to avoid embracement. Ähm. Erstmal wieder checken, checken. Okay, das wollte ich nicht. Außerdem ein neues Fenster geöffnet. Hm. Moment. Ah, wie süß. Ich kann auf der Schrift laufen. Das ist nett. Das gefällt mir. Das hat nur leider ein bisschen lang gedauert. Deswegen kriege ich nur eine Schüssel. Wish these people would disappear. Ich wünschte mir, diese Leute würden verschwinden. Äh. Ja, ich weiß wie. Oh, ich bin so brutal. Aber was muss, das muss. Wenn es ums Geschäft geht, verstehe ich keinen Spaß. Gute Nacht. Ha, ha, ha. Dankeschön. Danke, danke. My stomach is rumbling again. Mein Magen knurrt schon wieder. Okay. I got it. Hä? Ich glaube, ich weiß... Oh. Das war scheiße. Okay, ich muss restarten. Ich muss den nach... Nein! Nach Tor! Ah, das ist falsch. Das war verkehrt. Ich weiß, ich kann eine gute Lösung ziehen. Ah! Äh! Okay. Ziehen, ziehen. Moment. Na, pull, pull, pull. Ein Augenblick. Ähm. Ach so! Ach so! Ich mach mir viel zu viel Gedanken. Es ist so einfach. And this clicking sound in my head isn't helping. Clicking sound. Clicking sound. It's just like a time bomb ready to explode. Irgendwo ist eine Zeitbombe. Wo? Wo? Hier oben? Ah! Man achtet manchmal gar nicht auf sowas. Ja! Okay. Sometimes I need to do a combination of things. Okay. Ähm. Du nach da. Toilette. Okay. Da kann ich nichts anklicken. Ähm. 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 Ich glaube, da unten komme ich nicht mehr weg. Okay. Ich glaube, ich muss restarten. Moment. Hier vielleicht. Äh. Ah! Hallo? Das war doch ein bisschen früh, mein Kollege. Vielleicht. Äh. Nee, das geht nicht. So weit kann ich dann doch nicht hüpfen. Äh. Hier oben. Den kann ich nicht bewegen. Die Kloschlüssel auch nicht. Äh. Warte mal, ich Idiot. Natürlich. Aus dem Bild rauslaufen. Wie blöd. Das kann so einfach sein. Oh, ist das peinlich. Hätte ich mal ein bisschen früher drauf kommen können. Zu Recht nur eine Schüssel. Ich bin schwach. Äh. Okay. Ähm. Auch wieder. Kann ich die Schrift ziehen? Nö. Ähm. Unexpected obstacle. Ah. Also hier sind unversteckte Blocks. Ach so. Das war schwach. Aber ich habe es geschafft. Ne, ich habe es nicht geschafft. Ich muss nochmal. Aber jetzt. Dafür kriege ich jetzt gleich drei. Hä? Ja. Dankeschön. Okay. Klack, 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 klack. Und los. Das war einfach. Nicht. Was ist hier? Was Unsichtbares? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Da sage ich noch so angeberisch. Das war einfach. Na? Zu Recht werde ich vom Spiel völlig verarscht. Ich glaube, das war verkehrt. Ich muss diesen hier machen. Ne. Moment. There must a better way to reach the toilet. My little brown friend is already peeping. Oh. Okay. Vielleicht ein Augenblick. Vielleicht nur ein paar Blöcke. Ach. Na also. Ist ja nicht zum Spaß. Da rechts diese komische Einkerbung. Weiter geht's. Solutions come in different forms. Äh. Das ist alles? Das ist alles. Okay. Level 20. Ja. Das errettende Ziel. Außer Betrieb. Typ. Okay. Es hat leider kein Happy End. Aber. Ich würde sagen. Ich bin der Klo-Meister. Ich bin der Meister of the Scheißhaus. Und. Wenn ihr besser seid. Dann. Schreibt es gerne in die Kommentare. Wie viele Kloschüsseln ihr so erreicht habt. Schönes Spiel. Hat mir gefallen. So. Ich grinse jetzt mal wie diese Grinsekatze. Und sage Danke fürs Zuschauen. Und Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.